Ich kaufe jetzt Dio. Ich mache jetzt nicht so ein Lese-Date. Nein! Null! Was fängt schon an? Hallo! Ich bin's wieder eure Mavi. Und heute habe ich einen Special Guest, die Niva! Hi! Wer kennt Niva noch? Also Niva ist eine Freundin aus Deutschland von mir und sie ist gerade hier zu Besuch. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Vlog vielleicht gesehen habt, aber Niva auch schon dabei. Und Niva fliegt aber heute leider schon wieder. Ja. Ja, aber wir drehen jetzt noch ein Video für euch. Wir haben auf Instagram so lustige Fragen gestellt. Halt dieses, er ist eine 10 von 10, aber. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist halt so ein Trend, der war auch auf TikTok. Zum Beispiel sagt man dann so, er ist eine 10 von 10, aber... Was denn jetzt? Aber er raucht, keine Ahnung. Dann müsst ihr sagen so, ja, dann ist er eine 1, weil ihr das nicht so gut findet. Also das machen wir heute mal. Und, ähm, hier kommen schon ganz, ganz viele Fragen und Ideen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch nochmal bei den Sachen an. Und dann beantworten wir immer, also ich und Niva, so die Sachen, wie wir das dann finden würden. Also das geben wir den Daumen nach oben dann. Und ihr zeigt meinen Kanal. Und dann geht's jetzt, äh, los. Okay, willst du mal anfangen? Such mal eine raus. Soll ich anfangen? Ja. Äh, es ist eine 10 von 10, aber trägt enge Hosen. So skinny Jeans? Mhm. Nee, das geht gar nicht. Ich hasse das, wenn Jungs skinny Jeans anhaben. Also so skinny Jeans? Nee. Also ich weiß nicht, ich glaub schon so eine 3. Bei dir? Ich glaub, wir sind jetzt 1. 1. Und die waren so skinny Jeans, ne? Okay. Okay, warte. Ähm. Er ist eine 10 von 10, aber will nicht heiraten. So gar nicht später? Nein, gar nicht. Keine Ahnung. Ich hab gar keinen Bock auf heiraten. Also ich mein, ich bin 14, so. Ich will jetzt auch noch nicht heiraten. Ja, jetzt doch nicht, aber später. Ja, woher soll ich wissen, ob wir spielen? Nee. Den will sie gar nicht heiraten. Nee, keine Ahnung. Was willst du sagen? Ja, das ist schon ein bisschen komisch. So eine Hochzeit ist eigentlich schon voll schön. 4 oder so, weil warum denn nicht, hä? Okay, er ist eine 10 von 10, aber hat immer Löcher in den Socken. So, die ganze Zeit Socken mit Löchern. Ich würde mal sagen, so 8 von 10. Ich kann eben ja neue kaufen. Ja, er kann mir kaufen dem neue Socken. Okay. Jetzt glaub ich, ich hab deine einfach gespannt. Oh Gott, was kommt denn jetzt Hilfe? Er ist eine 10 von 10, aber war kein Harry Potter. Also gar nicht? Gar nicht. Hast du Harry Potter? Nee, nein. Das ist ganz schlecht. Ich will ja Harry Potter Film mit dem dann gucken. Ja, 5 oder so. 5? Ja, 5. Ich bin von der Harry Potter Fan. Ich will schon so die Filme mit dem anschauen. Dann gucke ich das halt mit jemand anderem. Ja, aber ich kann mich ja dann auch gar nicht über die Bücher... Ja, okay, ist jetzt nicht so... Vielleicht doch 6 oder so. Ich bin sozusagen 8. Das nervt mich schon. Die Skelle schreckt gerade mehr. Ja. Ich würde den trotzdem zwingen, die Pfeffer mitten mir zu gucken. Okay. Ähm... Er ist ein 10 von 10, aber hast Bücher. Also liest er nicht? Liest nicht, ja. 10 von 10. Aber ist er dumm? Du müsst mal in die Kommentare schreiben, was so euer größtes No-Go wäre. Was so, wenn ich wäre so von 10 zu 0. Er ist ein 10 von 10, aber hat einen schlechten Style. Ja, nee. 5, 4. Ja, weil das nervt mich schon so ein bisschen. So, weil es muss schon so ab wie so ein Matching Outfit. Da müssen sich so ein Partnerlook rumlaufen, aber so ein bisschen Mühe geben kann man sich ja schon. Und so. Ja, nee, ich würde schon sagen so 3, 4. Oh Gott. Gesundheit, Niva. Bei dir? Okay, ich glaube ich würde sagen so 2. Ja, Niva ist schon so, also, bis sie ein Outfit gefunden hat, dauert schon so eine Stunde. Naja, bei mir ist es auch schlimmer, sagen wir mal so. So eine 10 von 10, man mag keine Tiere. So, gar keine? Nö. Tiere? Ja, so, da ein Tier, oh mein Gott. Hast du dich denn anfangen, dann kann er ja gar nicht die Spinnungsrolle entfernen. Oh. Sehr realistisch. Ähm. Ja, nee, aber ich war vor, er mag deine Katze nicht oder so. Ich habe keine Katze. Ja. So, Fische. Nein. Ich schwör vor, er mag deine Fische nicht, Mann. Ja, interessiert mich nicht. Die armen Fische. Nee, also schon so 2. Ich würde auch sagen 2 von 10. Weil so gar keine, so gar keine. Das macht schon mal so einen Charakter aus, weil Tiere sind voll süß. Wer mag denn keine Tiere? So, hä? Und ich finde Spinnen süß? Nein, aber, hä? Es gibt ja noch mehr Tiere als eine Spinne. So, ich mag jetzt, ich finde Schlangen nicht so süß, oder so Katzen oder so sind süß. Ich finde den Katzen nicht, sie ist oder Hunde. Dim, 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 da, ding. Ey, ich muss gucken. Ding, ding. Der Schnelle! Okay, okay. Ähm. Er ist eine 10 von 10, aber er hat jede Woche eine andere. ja es stört mich aber auch 0 von 10 wer ist das denn für einer okay jetzt in der 10 von 10 aber ist humorlos ist also gar kein humor nach so nicht ich finde alles richtig und lustig macht doch keine witze oder so es war vor der ist doch die ernste man so ein witz machen der sowas okay ganz ehrlich weg damit also ein 10 von 10 aber hat ein girl das fand also so eine beste freundin ich weiß nicht also mir das schon so ein bisschen so ich glaube ich würde trotzdem sagen wenn ich mit jungs befreundet ja okay aber warum sollte er dann nicht so weißt du ja okay aber ist es ich habe kein besten freund also schon so sechs oder so nicht sein ein bisschen übertrieben so sieben oder acht weil wenn er die ganze mit der rum hängt und ich mit mir ja aber nicht so besties sind so mein gott hallo also wenn er so 24 7 mit der rum hängt finde ich jetzt nicht so na alles so acht oder so geht es in der 10 von 10 bei popelt so gar keine gar nicht auch nicht meine beste freundin so wurde machst du so nutella boten da musste das mit butter drauf das interessiert mich einfach nur noch 10 von 10 von 10 mag kein sushi ja elf ich hasse sushi du hast ich habe angst vor schlägen ich liebe wie kannst du so ich habe das einmal gegessen und zwar so ich habe im supermarkt gegessen so ja super mag ja aber dass du davon werde ich doch auch nicht satt das sind so kleine mini dinge weißt du guck mal so lidl sushi tschuldigung aber die schmeckt nicht alle die sushi essen jetzt so nein ich mag sushi nicht sushi essen so was ich empfehlen kann von edeka oder breitohr diesen super breitohr das ist auch ein ding supermarkt nicht gar nicht nee ich mag ich liebe sushi aber es ist so teuer ich probiere es noch mal für nie war ob ich das dann mag okay seine 10 von 10 aber stinkt geht er nicht duschen oder wie ich kaufe im video dieser blick ich kaufe im team er ist ein 7 von 10 aber er wohnt im ausland also wie du quasi aber so fernbeziehung mäßig schon so fünf weil dann sehe ich denn ja nie telefonieren wow das ist ja richtig cool ist aber also da liegt immer er lebt in amerika oder so ja das ist was andere so amerika oder england oder so dann kann ich ja schon mal hin gehen muss mit dem französisch reden nein vielleicht kann er deutsch wie du auf mallorca mir redet man auch nicht spanisch soll man wie ich zu hier ist eine 10 von 10 aber ignoriert deine whatsapp nachrichten der antwort ich dir nie also ich bin schon so zwei weil ich ich antworte manchmal auch nicht ja ich vergesse es da war ich einfach dann so meinem kopf nicht mehr so ein ja ja und dann antworte ich halt einfach nicht mehr weil ich es aber vergessen habe ihr könnt euch ja noch nicht mehr richtig und man kann sich ja nicht verabreden da habe ich verabrede ich mit dem dann schaffe ich einen brief oder was ist nein du schreibst du heute möchte ich nein 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 du schreibst ihm und er sieht es aber er antwortet nicht und dann trefft ihr euch aber es ist voll scheiße ja der soll mal antworten geht gar nicht okay also ein 10 von 10 aber braucht länger als du im bad braucht länger als ich im bad ist mir relativ egal dann sieht er ja noch besser er gibt sich ja dann voll mühe und so weißt du das ist ja so self care ich komme zu spät ich komme immer zu spät er ist eine 10 von 10 aber er schreibt noch mit seiner ex hallo wie geht es dir heute so ne weiß ich jetzt nicht 0 0 was schreibt er denn mit der vielleicht sind ja noch nicht so cool aber er mag sehr gerne so disney filme und so disney ist so disney fangirl finde ich voll geil ja ja ich bin froh sie mit dem und so dass ich bin barbie aber der muss dann auch bereit sein barbie zu gucken meldet euch bei niva wenn ihr barbie bei niva liebt barbie ja alter voll die kindheit du warst immer so an die barbie movies geguckt mit meiner kusine ich habe immer dieses blogger barbie geguckt also dieses neue guckt die hatte so viele filme oh gott er ist eine 10 von 10 aber redet wie ein assi null ein dicker bro lass mal date heute junge nee 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 danke keine ahnung so gefühlt als deutschland redet doch so ich mir das mallorca nee ok letzte frage die allerletzte frage wie lange geht das eigentlich schon fast eine halbe stunde das muss geschnitten werden okay also er ist in der 10 von 10 aber er schaut anime so anime ich hatte mal einen der hat animes geschaut aber so auf mal zwei das heißt mal zwei das so auf schnell a geschwindigkeit geschaut weißt du so extra schnell herr war schon so viel an ich mag kein an ich will auch keine gucken ne ich alle ich bin an mir ist ein bisschen komisch also immer noch zehn fahrzeuge wollen wir ein anime date abend machen nein wollen wir nicht gucken und einfach nicht mit mir war die animes reden also ich bin an mir ist schon ein bisschen komisch so also jetzt nicht ich habe das jetzt nicht geguckt also nichts gegen die anime ja ich weiß nicht so ein fall meinst echt sympathisch davon wirklich wirklich nette leute aber bitte redet nicht mehr bei mir auch nicht so mit anime und sushi mit sushi kommt ihr bei mir auch nicht so ich mag keine sushi ihr müsst mal in die kommentare schreiben was euer größtes no go von den sachen waren was er so gar nicht mögt also ich würde schon sagen dass es sehr lustig hier geworden also lasst gerne dicken daumen nach oben da und sehr gerne meinen kanal und ja es war sehr lustig wir haben so viele fragen leute ich abschiede mich lieber verabschiedet sich nach deutschland was sagt man zu einer kamera was sagt man zu meiner kamera sprich zu den leuten lieber sagt ihnen was zu ihnen sagen ich habe nichts zu sagen lieber hat nichts zu sagen okay tschüss 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 leute bis zum nächsten mal dank für eure fragen war sehr lustig tschüss 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 tschüss